Großen Applaus für den Schulunterfolksschule Stobel unter der Leitung von Daniela Grafler. Applaus Matilda, die Schnecke, Matilda, wohnt im ersten Stock im Schneckenhaus, Gartengasse 3. Dort in ihrem Schneckenhaus, sieht man die Schuhe aus, man kann gut verstehen, Matilda ist hier so gern zum Haus. Die Schnecke, Matilda, die Schnecke, Matilda, wohnt im ersten Stock im Schneckenhaus, Gartengasse 3. Die gehen gern im Schneckenbad, schmeckt sich dort wie ein Talat, man kann gut verstehen, Matilda ist hier so gern zum Haus. Die Schnecke, Matilda, die Schnecke, Matilda, wohnt im ersten Stock im Schneckenhaus, Gartengasse 3. Auch in ihrem Schneckenfloh, tut es ganz ein Oho, man kann gut verstehen, Matilda ist hier so gern zum Haus. Die Schnecke, Matilda, die Schnecke, Matilda, wohnt im ersten Stock im Schneckenhaus, Gartengasse 3. Oh, liegt man im Schneckenfeld, finden sie's besonders nett, man kann gut verstehen, Matilda ist hier so gern zum Haus. Die Schnecke, Matilda, die Schnecke, Matilda, wohnt im ersten Stock im Schneckenhaus, Gartengasse 3. Applaus Hier steh ich und bin, ich bin, wie ich bin, wie ich bin. Ich bin einfach, einfach da. Hier steh ich und bin, ich bin, wie ich bin. Ich bin einfach, einfach da. Du, 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 du Ich bin, ich bin, ich bin einfach nur da, hier steh ich und bin, ich bin, ich bin, ich bin einfach, einfach da. Applaus 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 Wir machen das am besten so. Am Schluss gibt es einen Gesamtapplaus.